Das Gefühl, für mich unbeschreiblich, einfach da oben zu sitzen, die Autos vor sich zu haben und fahren zu können. Mein Name ist Franzi und ich bin bei Vollers als Berufskraftfahrerin angestellt. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da hat sich ganz, ganz viel geändert. Da habe ich einfach den Entschluss gefasst, jetzt machst du beruflich genau was, ganz was anderes, das, was du willst. Hat ein bisschen gedauert, aber manchmal dauert es etwas länger, bis man Glück an den Hörnern packt und dann da sitzt, wo man jetzt sitzt. Vor Vollers war ich jahrelang im Krankenhaus tätig als Krankenschwester und habe mich dann umschulen lassen zur Berufskraftfahrerin. Lkw-Fahren war schon immer meine heimliche Leidenschaft von Kind auf an und es macht mir einfach super viel Spaß. Ich starte morgens um fünf, sechs Uhr, das ist immer ganz unterschiedlich. In meinem Verantwortungsbereich liegt unter anderem der Transport des Kaffees zum Kunden. Dass der Kaffee pünktlich beim Kunde ist, dass der Kaffee ordnungsgemäß abgeladen wird, da muss ich drauf achten. Die Vorteile bei Vollers als Berufskraftfahrer sind für mich ganz klar die doch recht planbaren Arbeitszeiten. Familie und Kind kann man super unter einen Hut kriegen. Wir haben Früh- und Spätdienst. Das Besondere an meinen Kollegen ist einfach, dass sie praktisch wie so eine kleine Familie sind. Es ist alles sehr freundschaftlich hier. Man unterstützt sich gegenseitig, wenn man Hilfe benötigt. Das Arbeitsklima ist für mich einfach super hier. Immer freundlich. Überall, wo man hinkommt, wird man lächelnd empfangen. Das Besondere ist einfach die Abwechslung, die man doch als Berufskraftfahrer hier hat. Aufgrund der verschiedenen Arten von Aufliegern, die man fährt. Verschiedene Einsatzorte, die man besucht. Immer täglich wechselnde Kunden, die man anfährt. Man macht nicht die Woche über immer das Gleiche. Das ist einfach abwechslungsreich hier. Vollers hat mich zu dem hingebracht, was ich bis zum Rentenalter machen möchte. Ich fahre für mein Leben gerne LKW. Das ist das, was mir am besten gefällt. Vollers ist der beste Arbeitgeber, den ich bislang tatsächlich hatte. Hier bin ich super glücklich. Wirklich.